Der Zugbegrenzer 012 ist aus aluminiertem Stahl oder als Modell 012E mit einem Edelstahlgehäuse erhältlich. Er verfügt über selbstreinigende Messerlager. Der Schornsteinzug kann von 10 bis 30 Pa reguliert werden. Der Außendurchmesser beträgt 150 mm. Sie können dieses Modell für bis zu 9 m Schornsteinhöhe und 45 kW Heizleistung einsetzen. Und zwar in T-Stücke mit einem Durchmesser von 150 mm. Mit dem Anschlussstück A oder dem Sattelanschlussstück AZ an Verbindungsleitungen mit beliebiger Steigung.